Oh, hi! Sie müssen der 9 Uhr Termin sein. Okay, ja. Moment. Okay. Und Sie wollten ein totales Makeover haben. Alles klar. Kann ich alles machen, alles was Sie wollen. Setzen Sie schon mal hin und machen Sie es sich bequem. Ich komme gleich. Okay. Oh, stellt sich der Kogummi. Kein Thema. Kein Thema. Ich kann ihn ausmachen. Okay, jetzt ist es besser. Kein Problem. So. Okay. Ich muss zuerst mal den Typ Ihres Gesichts mal anschauen. Und dann wissen Sie, ich bin eine Künstlerin. Wenn ich anfange, sie zu schminken, dann ist es wie ein, als würde ich ein Gemälde malen. Und alles ist ganz spontan. Und es ist einfach, es entsteht alles in meinem Kopf. Und ja. Ich bin mir sicher, irgendjemand hat mich empfohlen. Dann wissen Sie ja, was Sie erwartet. Also, es ist ein Erlebnis. Ja, genau. Okay, lassen Sie mich mal kurz visualisieren. Okay, okay, okay. Alles klar. Ja. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was wir machen mit Ihnen. Okay. Okay. Wollen wir nicht lange Zeit verschwenden. Fangen wir gleich mal an. Okay. Okay. Zunächst einmal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die passende Farbe für Sie habe. Aber ich kriege das hin. Ich kriege immer alles hin. Und alle sind immer sehr zufrieden. Vertrauen Sie mir einfach. Ich mache das schon sehr, sehr lange. So. Gut. Hier haben wir ein Make-up-Mousse. Das trage ich zuerst mal auf bei Ihnen. So. Was ist das für eine Farbe? Ja, okay. Let's work with it. Ich würde sie sowieso ein bisschen dunkler machen, als sie jetzt sind. Gut, 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 gut. Das gröbste haben wir schon mal abgedeckt. So. Das ist leider noch nicht der Ton, den ich bei Ihnen so sehe. Deshalb nehme ich das nochmal zur Hilfe und mische das Ganze. Genau. Das ist total üblich. Das macht jeder, der sich auskennt eigentlich. Genau. Gut, wir kommen der Sache schon näher, sehe ich. Das ist sehr gut, sehr gut. Perfekt. Perfekt. Okay. Ich muss ein bisschen etwas unter Ihre Augen machen, weil Sie sehen es ja selbst, ne? Sie haben Augenringe. Sie haben ein bisschen zu viel gefeiert gestern. Dachte ich mir. Kein Problem, das kriegen wir alles hin. Kein Problem, das kriegen wir alles hin. So. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Das muss lang. Okay. Weshalb wollten Sie das eigentlich, dieses Make-over? Brautjungfer. Okay. Das ändert die ganze Sache ein bisschen. Ich habe jetzt eine genauere Vorstellung davon, was ich mit Ihnen mache. Sehr schön, dass Sie mir das gesagt haben. Okay. Ich bin mit Ihnen immer noch nicht zufrieden mit der Haut. Deshalb mache ich dieses Long Lasting. Perfekt für eine lange Feier. Der wird alles bombenmäßig halten. Und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass irgendwas verwischt oder verschmiert. Genau. Ja, 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 keine Sorgen, keine Sorgen. Sie werden perfekt aussehen. Gut. So, nehmen wir dieses Schwämmchen hier. Und dann legen wir los. Ja, ich sehe es schon. Das wird einfach per-fekt. Hoppla, ein bisschen. Keine Sorge, wenn ein bisschen was ins Auge geht. Das ist mir auch schon oft passiert. Super. Super, super. Gut. Als letztes muss ich natürlich einen Puder drauf machen. Ich glaube, ich nehme bei Ihnen diesen Kompakt-Powder. Anti-Shine. Ich sehe es ja mit ein bisschen Probleme damit. Ja. Keine Sorge. Kriegen wir alles hin. Keine Sorge. Gut. Ach, da ist ja auch ein Schwämmchen drin. Das ist geradezu perfekt. Aber ich werde lieber den Pinsel benutzen. Ups. Oh, ich sehe gerade, der ist ziemlich hell. Ziemlich hell. Aber ich kriege das Zeug nicht ab. Ich werde das trotzdem mal drauf machen. Ich meine, als Brautjungfer ist es vielleicht sogar besser, ein bisschen heller zu sein und nicht so dunkel, wie ich es eigentlich gedacht habe am Anfang. Wir werden es einfach mal versuchen. Bitte die Augen zumachen. Sonst kriegen Sie noch mehr Make-up in die Augen. Das wollen wir ja nicht, oder? Gut. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin für meine Highlights berühmt. Und Sie bekommen hier natürlich das beste Highlight von allen. Ich will Ihnen ein bisschen auf die Wangen machen, auf die Nase. Vielleicht auf das Kinn. Mal sehen, mal sehen. Es ist ein Gemälde, es muss sich entwickeln. Sie müssen mir da total vertrauen, total. Nase und Spitze. Hoppala. Ein bisschen zu viel. Macht nichts. Man kann nicht genug Highlight haben. Ja, 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 das ist okay. Das ist okay. Doch, ich bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Okay. Gehen wir zu Ihren Augen über. Nein, zuerst machen wir nicht den Strich, sondern... Welche Farbe möchten Sie denn? So was vielleicht? Das glitzert auch sehr schön, dass Sie ganz hell, beige oder so bärig-rosa. Nein. Okay. Ist auch nicht so meins. Das habe ich mir auch nicht so vorgestellt bei Ihnen. Wie wäre es... Damit? Nein. Das wollen Sie, nein. Vertrauen Sie mir, das ist viel zu langweilig. Viel zu langweilig. Nein, nein. Hier brauchen wir etwas Aufregenderes. Ich überlege, ich überlege. Die Farben sprechen auch nicht zu mir. Oh mein Gott. Halten Sie sich fest. Ich habe das Perfekte. Den perfekten Lidschatten für Sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das glitzert wie der Sternenhimmel. Das... Oh doch. Oh doch. Vertrauen Sie mir. Das mache ich Ihnen jetzt drauf. Das ist... Das ist ein Muss. Wirklich. Das wird... Das wird super aussehen. Es ist alles noch in Arbeit. Vertrauen Sie mir. Okay. Das Gesamtbild wird... Fantastisch. Okay. Okay. Machen Sie ein bisschen auf uns. Wow. Wow. Großartig. Einfach perfekt. Ich liebe es soweit. Ich liebe es. Gorgeous. Oh my gosh. Lidstrich. Sie müssen mir vertrauen. Lidstrich. Metallic. Das ist ein Lippen und Eyeliner. Oh doch. Lassen Sie mich nochmal. Ja, der ist rot. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich sehe das alles vor mir. Okay. Wow. Ich mache unten auch noch. Das wird einfach großartig aussehen. Ich habe keine Worte. Also ich möchte nicht die Braut sein, weil sie werden hier sowas von die Show stehen. Das könnte Sie vielleicht jetzt überraschen. Aber das ist kein schwarzer, ähm, keine schwarze Fimperndusche. Das ist, hier steht es gar nicht, aber Sie sehen ja schon, das ist, das ist golden. Also, das wird, das Highlight praktisch, Ihres ganzen Looks. Das müssen Sie einfach drauf machen. Das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. So. Mein Gott. Ich glaube, das ist mein Meister. Ich muss sagen, ehrlich, ich muss sie danach fotografieren. Ich habe noch mal nach oben schauen. Ich glaube, ich habe mich selbst betroffen hier. Aber wir sind noch nicht fertig. Noch nicht. Ein bisschen Blush. Oder ein bisschen mehr Blush kann niemals schaden. Ich nehme jetzt den bei Ihnen. Touch of Daisy. Das würde hervorragend passen. So. Nein, nein, das wird nicht zu viel. Keine Sorge, keine Sorge. Wow. Und das Beste kommt natürlich zum Schluss. Die Lippen. Und was haben Sie so gedacht? Was haben Sie für ein Kleid übrigens? Passt perfekt. Ich finde, dieses Make-up wird sowieso zu allem passen, was Sie anziehen. Ganz egal was. Sie werden sehen. Auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, das gefällt Ihnen. Das ist doch super langweilig. My sunshine heißt es. Ach, was? Ach, was? Nein. Nein, 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 nein. Nein. So, was haben wir noch hier? Das sieht schon mal besser aus, glaube ich. Aber ob das wirklich so passt? Was meinen Sie? Nicht schlecht? Ich weiß nicht. Wie ist denn sonst? Nichts anderes hier. Lassen Sie mich gut schauen. Oh mein Gott. Und zum Glück habe ich nochmal geschaut. Das ist, das ist einfach perfekt. 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 Lip Paint. Das ist, oh, matt. Das größte Geschenk überhaupt. Es wird begeistert sein. Wirklich. Das ist so cremig. Und es riecht wie eine Beere. Okay. Vertrauen Sie mir. Einfach vertrauen, wirklich. Okay. Okay. Ich bin... Ich fange gleich an zu feinen, weil so schön geschminkt habe ich noch nie jemanden. Wirklich, und das sage ich nur Ihnen jetzt ganz ehrlich. Das ist einfach wow. Wirklich. Also ich muss wirklich ein Foto von Ihnen machen und das auf meine Website stellen, weil ich kann sie nicht so einfach gehen lassen. Sie müssen mir natürlich Fotos von der Hochzeit schicken. Auf jeden Fall. Neben der Braut. Genau. Wow. Gut dann. Schauen wir mal. Rechnen wir mal alles zusammen. Später haben wir es jetzt tun. Ok. Ja, ich berechne natürlich auch noch Zeit. Das macht dann 75 Euro bitte. Auf den Cent, genau. Ja, natürlich. Mit gerade können Sie auch sein. Aber in bar ist es mir lieber, ehrlich gesagt. Ja, auf der anderen Straßenseite ist ein Geldautomat, wenn Sie schnell hingehen möchten, ja. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder, ja. Bis gleich. Ja, ich wäre schon wieder fertig. Ja, ich würde gerne machen.